Hallo, Willkommen zu Star Wars Battlefront. Ähm, joa. Classic Edition? Aber die komplette Neuauflage. Also die komplette... Classic... Collection... Collection Edition... Classic Edition, wie auch immer. Weider Tal, schön auf Basspin, Alter, ist der geil. Reder Publik! Ich weiß bloß nicht, ob man hier... Wahrscheinlich, das kann man wahrscheinlich... Weiß man auch nicht Mod Game, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich hab... ich hab natürlich... Die alte Person hab ich auch. Aber die Gemoder der Version... Ich weiß nicht... Wahrscheinlich... Gut, die Version ist das nicht auf Deutsch. Ada Secure. Meck das Laker. Oh, Junge ist da geil. Alter, ich... wär echt cool gewesen, wenn's hier... denn Plattformen gegeben hätte, statt World Jet. Wär ich eigentlich, äh... Plattformen mal ein bisschen cooler finden, als Worlden-Stadt tatsächlich. Wird gern mit nem Jedi oder so... Echt gern Klone, Sturmtruppen oder Truinen runtergemachtet, aber... Naja... Es ist ein anderer Command-Post unter Republic-Kontroll. Total Reinforcements sind geblieben. Leider... haben die es nicht mit drin, dass es ein bisschen schade ist. Ich hab mich schon gefreut. Oder dass man im ersten Teil... Oder dass du so gemacht hast... Das ist der erste Teil... Oh Gott, dann wieder der zweite ist. Oh, das ist ja noch ein Remake. Praktisch gesehen. Hm, eigentlich hätte die Commander-Punkte noch erhöhen können, ne? Das ist noch so ein Foto einsetzen, mal die alten Maps im Zweier testen. Warte mal. Okay. Interessant. Die Republic ist in Kontrolle von einem Command-Post. Da hat man das Streams wehgeschlagen. Ich würde das Game gar nicht streamen, wenn man es aufnehmen. Was war Wunder? Killatorie. Oh, go here. Aschloch. Oh, ja. Hat jemand ja auch Multiplayer und so bekommen? Gut, der hatte die... Der hatte die alte Version aber auch schon. Also die Original-Version. Die hatte aber auch auf dem PC noch Multiplayer. Gut, so nicht mehr, aber egal. Ah. Weiß gar nicht, wie wechselt man irgendwie. Ah, so wechselt man ja durch. Gut, es gibt keine neue Klasse irgendwie. Wenn die vielleicht mal machen können. Neue Klassen noch hinzufügen. Ich werde jetzt einiges ändern können, ne. Oh, ich habe gerade einen Klon erschaffen. Ei, ei, ei. Aua. Nicht so geil. Warte. Warte, was, 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 was ist denn jetzt? Einfach meine Cam weg gewesen. Was war denn der Quatsch? Ja. Ach, ganz so weird auf einmal. hab ich nicht verstanden oder da verstehe ich natürlich ich glaube das Gamepoint ist ja glaube die Lizenz abgelaufen glaube ich ja deswegen kann das einfach jeder momentan nehmen aber jetzt ist er wahrscheinlich aktiv weil es hinter den anderen Unternehmen wieder gehört ich frage mich ob es bei der galaktischen Oberung dann auch Bespin und sowas gibt im zweiten Teil muss es ja geben oder das wäre auf jeden Fall sehr cool jetzt gehen wir zwar auf Steam größtenteils negative Bewertungen aber einfach weil ja auch der Modus nicht richtig funktioniert da kommt noch was nach ich will keine Sorgen machen nur auf deutsch geben und dann wäre das doch ganz geil oder nicht der Originale gibt es natürlich auf deutsch also in dem zweiten Teil zumindest im ersten nicht tot ach mal was ist das Ding für ein Problem das Ding macht heftige Probleme gerade das ist auch mal der Quatsch der Korra sind einfach nur so ausgewählt tatsächlich das war jetzt keine neue Map oder so das ist auch ein geileres Lego Game das ist auch ein geileres Lego Game also klar es gibt ja die originale Trilogie oder die originale ersten sechs Teile macht ganz cool aber ich finde er deutlich klar das ist Classic das ist das ist ähm Kindheit aber bei mir ist halt über Star Trek No Wars Reihe auch Kindheit und am meisten bei euch wahrscheinlich auch drüben wir dieses Game einfach das war so geil ich bin natürlich so ein Fan der Clone Wars Reihe ich bin natürlich so ein Wundermecker der die ganze oh mein Gott kein Wundermecker der meckert der die ganze Zeit weil der F1 natürlich für Streamding nehmen möchte der na der jetzt sollte das gehen jetzt sollte er nicht mehr rummeckern bestimmt F1 ist er Helden rufen aber auch bis auf OBS ist natürlich Stream starten natürlich meckert der deswegen rum ich frage mich schon mal was er ganz so für die Nacht Ich glaube zwar nicht, dass man den Talium sehr ermorden kann, aber vielleicht gibt es ja... Weiß ich nicht, ansonsten ja, ich habe ja noch einen gemordeten Teil habe ich auch noch. Ich denke, vielleicht ist hier mal so ein Onliner mit den Boys. Wäre schon geil irgendwie. Wäre schon heftig, ne? Oder hat auch die gemoddete Version im Online mit dem Mods. Schon geil eigentlich. Ich finde echt... Ja, die gemoddete Version ist schon... Die hat auch so grafisch, die hat auch dieses Grafisch hier, also da hast du ja nichts getan. Aber die hätten sich mal zumindest an Battlefront 3 hinsetzen können, die neuen Dudes. Das hat ja geil ausgesehen, ne? Der dritte Teil, der hat sich geil ausgesehen, auch in die Karten und so. Boah. Was schon geil ist, ist dann cool gewesen. Wieder mit Separatisten! Ja, bin ich gerade mit meiner Maus am rumshaken, Alter. Holy shit. Soooo. Easy würde ich mal sagen. Stimmt, der hat ja diese coole Schwampfattacke. Boah. Die nehmen sich den Kommandopost da hinten rein, die Pisser. Wieder mit dir, du Drecksack. Wir haben zwei Maps schon gleich durch und sind gerade mal bei 10 Minuten, holy shit. Gut. Wir müssen in der Testrunbleiben, ne? Oh, sieht aus. Und noch bad, not bad. Boah, aber nein. Mechert. Ich habe aber 250 FPS in dem Game. Geist das krank. Denver, einer der geilsten Maps aus den Teilen. Boah, sogar noch mit dem ATT. Boah, ist das geil. Diese Schlachten in diesem Tunnel waren am ersten Teil immer so geil. Geil. Danke Kopfhörer für nichts. Die einfach gleich leer. Oh. Wieder mit euch. Scheiße. Ist das nicht so schön. Geil. 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 Du bist. Geil. Geil. Das höre ich auch bei der Sons. Das kann ich aber auch changen. Oh, ich glaube gar nichts. Oh gut, die sind ja glaube ich nicht mehr so. Die haben es nicht mehr. Hilfe! Wenn du beim zweiten Teil nicht mehr so stark sind, wenn du beim ersten. Und wenn du den Punkt mit den Rebellen verteidigen, ist eigentlich auch geil. Hit, fühlst du? Das ist geil. Den gab es im ersten Teil ja nicht. Oh, die haben nur Medi. Ne, für eine Fähigkeit. Ach du, nein, jetzt bin ich schluck auf. Macht Kugel. Jetzt bin ich schluck auf, das ist nicht so geil. Ja, perfekt, Alter. Schluck auf. Oh, die haben neue Panzer gekriegt in der Map. Oh, die hatten damals auch noch diese GAPs. Das haben sie neue. Die haben auch neue. Was war das denn gerade von Kit? Gisst du, Alter? Den gab es damals, oder den gab es auch im Original nur in der Xbox-Version. Ah! Ist das geil? Wow! Okay, du kannst diese Dinge nicht halten. Boah, ist das geil eigentlich, der Held. Das wäre halt noch cool, wenn die, wenn die, wenn die Klon auch Anakin mit drin hätten, ne? In meiner, oder da immer, ja, da ist es ja so, bei den Klonen. Das wäre halt noch cool, wenn die Klonen.